KOMM, NICK! Ja, genau! Nick, was ist denn los? Jetzt sag doch! Philipp, du gehst für Nick rein! Hast du wieder Bauchschmerzen? Komm her! Komm mal mit, Schüler! Hi! Wow, bin ich das? Hey, ich weiß, dass du da drin bist. Wo ist das Ding denn überhaupt hin? Du kannst das auch sehen? Hast du das Ding eigentlich schon mal gefragt, was es von dir will? Wie wäre es, wenn wir das Ding einfach suchen? Und wo sollen wir das Ding suchen? Wenn es immer wieder auftaucht, dann will es dir doch irgendetwas sagen. Sag mal, hier stimmt doch was nicht. Nick, wir laufen im Kreis. Du weißt, ich kann versuchen, dir zu helfen. Ich glaube, ich weiß, wo das Ding ist. Ich will mich nicht mehr so fühlen. Ich will mich nicht mehr so fühlen. Achtung. Interessante Gitarren. Diese Gitarren. Ich muss mich auf jeden Fall vor. Vielen Dank.